Grüße aus dem NerdRoom, willkommen zu einem neuen Video. Heute muss ich so ein bisschen Nachtrag machen zu meinem letzten Video über die MagicDisc64 Utilities. Und zwar habe ich da ja noch dieses Programm am Ende gefunden, dieses Strichcursor-Programm und habe gedacht, das ist ja gar nicht dokumentiert und ja, ich habe mich geirrt. In den Tipps und Tricks, da wird es nämlich gezeigt und ich habe nochmal nachgeguckt und bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass ich die Rubrik ja noch gar nicht großartig vorgestellt habe. Also hole ich das in diesem Video nach und wir gucken uns dieses Strichcursor-Programm nochmal genauer an, weil das ist schon sehr interessant, denn da wird der Zeichensatz des C64 ja verändert. Und wie das funktioniert, das schauen wir dann mal genauer. Und dann gab es ja noch diese On-Go-To-Routinen, die ja nicht funktioniert haben, dieses erste Programm, was ich da probiert habe. Und da ist auf der Diskette ein Beispielprogramm und da funktioniert es seltsamerweise. Ich werde das Beispielprogramm auch noch zeigen, das machen wir gleich. Jetzt gucken wir uns erst mal die Tipps und Tricks Rubrik an und probieren mal aus, was da so drin steht. Tipps und Tricks. Trotz der großen Zahl an Programmen, die derzeit für den C64 auf dem Markt erhältlich sind, nimmt die Schadera, die sich für spezielle Probleme ihre eigenen Programme schreiben, täglich zu. Das ist auch gut so, denn schließlich soll es ja auch in ein paar Jahrzehnten noch Menschen geben, die programmieren und nicht nur vorgekaute Programme verarbeiten können. Die Programmierarbeit wird oftmals durch kleine Tricks, die nicht unbedingt in jedem Handbuch zu finden sind, erheblich erleichtert. Solche Programmierkniffe wird Ihnen das Magic Team in jeder Ausgabe an dieser Stelle präsentieren. Zusammen mit den kleinen Hilfsprogrammen, die Sie auf jeder Magic Disk unter der Rubrik Utilities finden, können Sie sich so mit der Zeit eine Bibliothek an Utilities und Tricks erstellen, durch die das Programmieren auf dem C64 noch mehr Freude macht. In dieser ersten Folge beschäftigen wir uns mit dem Programmschutz und einer Deluxe Cursor Darstellung, wie sie sonst nur bei den PCs zu finden ist. Sicher kennen Sie das folgende Problem. Sie haben ein Programm geschrieben, bei dem es Ihnen nicht von Vorteil erscheint, dass andere Personen das Abbrechen Listen verändern, z.B. durch eine falsche Urheberrechtserklärung etc. Ein laufendes Basic Programm kann man normalerweise durch die Taste Run-Stop unterbrechen. Diese Möglichkeit kann jedoch durch folgendem Befehl unterbunden werden. POKE 788,52 Er bewirkt, dass das Betriebssystem die Routine, die die Stopptaste abfragt, nicht mehr anspringt. Probieren Sie es aus. VE gleich 1 zu 100, print i, Doppelpunkt Next i. Diese Zeile im Direktmodus eingegeben, druckt die Zahlen 1 bis 100 aus. Versuchen Sie nun, die durchlaufende Zahlenreihe mit der Stopptaste anzuhalten, so werden Sie feststellen, dass ein Druck auf dieselbe nicht mehr fruchtet. Geben Sie diese Zeile als Programm ein und starten Sie es mit Run. So kann auch dieses nicht mehr unterbrochen werden. Eine Unterbrechung erreicht man jedoch immer noch durch die Tastenkombination Run-Stop und Restore. Um auch diese Möglichkeit außer Kraft zu setzen, geben Sie nur POKE 808,225 ein. Probieren Sie wieder die Wirkung am Beispiel der ForNext Schleife. Ein noch raffinierterer Trick besteht im Ausschalten des List Befehls. Geben Sie einmal folgenden Befehl ein. POKE 775,109 Jetzt versuchen Sie bitte, sich ein im Programmspeicher vorhandenes Basic-Programm durch Listen anzusehen. Überrascht? Durch Run lässt sich Ihr Programm natürlich noch ganz normal starten, als sei nichts passiert. So, wunderbar, da sind wir. Ich würde sagen, wir bauen sofort diese kleine Schleife, die da vorgeschlagen wurde. Also, voll i gleich 1 to 100, Doppelpunkt, print i, Doppelpunkt, next i. So, starte mal, alles klar. Mit Run-Stop kann ich das unterbrechen. Und jetzt stand ja, dass man mit POKE 788,52 die Run-Stop-Taste ausschaltet. Das probieren wir aus. Run. Tatsächlich, ich drücke Run-Stop, nichts passiert. Run-Stop-Restore funktioniert noch. Stand ja da. Ähm, das war POKE 808,225. Jetzt soll es nicht mehr gehen. Ich drücke mal. Tatsächlich, Run-Stop-Restore macht nichts mehr. Ich starte das Programm und auch da kann ich mit Run-Stop und Restore nicht mehr raus. Ja, ist ja ganz nützlich. Warum ist die Liste jetzt weg? Das ist ja eigenartig. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Hm. Ja, ich versette das Ganze nochmal. Ich gebe das Programm nochmal ein oder ich gebe Ihnen ab. Ja, kommt vor i gleich 1,100, Doppelpunkt, print i, Doppelpunkt, next i. So. Der Listschutz wäre nämlich eigentlich gewesen. POKE 775,199. So. Aha. Hm. Hm. Ja, da scheint dieser POKE, der Run-Stop-Restore unterbricht, aber auch die Liste irgendwie zu zerstören. Also starten und unterbrechen geht der jetzt noch. Ich kann nur das Programm nicht mehr auflisten. Ah. Ja, es geht zu schnell. Man sieht noch kurz die 10er-Zeile da aufspringen. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Zeile dazu schreibe? Ne, geht auch nicht. Ja, wunderbar. Ist ganz nützlich. Allerdings, man muss es natürlich erst einmal ausführen. Das heißt, man muss schon irgendwie, ja, wenn man jetzt verhindern will, dass man die Liste anzeigt, dann muss das Programm einmal gestartet werden, damit man diesen POKE überhaupt ausführt, damit danach das Listen nicht mehr möglich ist. Ist sicherlich, sag ich mal so, für den ersten Schritt ganz interessant, aber man muss natürlich noch irgendwie andere Möglichkeiten finden, das Ganze abzusichern. Aber jetzt gucke ich erst noch mal, was es denn mit dieser komischen Listsache auf sich hat, die wir gerade hatten. Ich mache hier nochmal ein Reset. Ich schreibe nochmal ein kleines Programm. 10 print hallo. Alles klar, da ist die Liste. Jetzt POKE ich 808,225. Liste. Ja. Also mein Stop Restore ist ausgeschaltet und mein Listing ist weg. Aber das Programm startet noch. Also irgendwas verschiebt man dann noch im Hintergrund. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man da sein ganzes Listing irgendwie so mit verbergen kann, dass es danach nicht mehr ordentlich angezeigt wird. Was da jetzt technisch genau passiert, kann ich nicht sagen. Also warum das Listing nicht mehr angezeigt wird vernünftig. Ja, aber es funktioniert zumindest soweit. Aber wie gesagt, man muss halt diese ganzen POKEs in sein Programm schreiben und das Programm muss gestartet werden. Wenn ich jetzt einfach nur reinlade, kann ich es ja auch noch listen, wenn dieser POKE noch nicht gelaufen ist. Da muss man also eine andere Möglichkeit finden, vielleicht dieses Register vorher auf den entsprechenden Wert zu setzen. Na ja, wie dem auch sei, wir gucken uns jetzt nochmal eben dieses Beispielprogramm an, was letztes Mal nicht geklappt hat. So, kurzer Schnitt. Ihr seht an den Farben, dass ich diese Interrupt Module hier geladen habe. Das heißt, diese On-Error-Go-To-Irgendwas-Befehle, die sollten jetzt funktionieren. Und da gibt es nämlich dieses Beispielprogramm für. Und das lade ich jetzt mal rein. Das hatte ich ausprobiert und das funktioniert da drin auch. Gucken wir uns mal kurz an das Listing. So. Da oben sehen wir also On-Reset, Go-To-1000, On-NMI, Go-To-1100, On-Break, Go-To-1100, On-Run-Stop, On-List und On-Error. So. Ja, unten drunter sieht man dann da ab Seite 1000, was da so passiert. Also irgendwie Bildschirm löschen, bis 64 zählen und dann die Bildschirmfarbe entsprechend abändern. Oh, Schreck. Auf dem Bildschirm schreiben. On-Stop ist leider defekt. Naja, ich starte das Programm einfach mal. So. Ah, da sehen wir so ein bisschen Laufschrift, ne. Die so hin und her switch. Ich drücke mal On-Stop. Oh, ist leider defekt. On-Stop, Restore, Oh-Schreck. List, 10, Move, Magic-Disk, 64, Back and Forth. Go-To-10. Ja. Ja, klar. Ja, hat man eben in dem Original-Listing gesehen, dass diese zwei Zeilen hier natürlich nur mit dem Print auf dem Bildschirm gegeben werden. Das ist jetzt nicht das richtige Listing. Ja, aber ist ja ganz nett. Ne, wenn ich jetzt hier auch an Stop, Restore drücke, sagt er immer, Oh, Schreck. Ja, wie kann ich denn hier wohl einen Fehler produzieren? Fehler produzieren? Gar nicht. Naja, auf jeden Fall scheinen die Sachen zu funktionieren. Ähm, ja, kommen wir nun noch zu dem Strich-Cursor. Nun zur versprochenen Cursor-Darstellung aller PC. Wenn Sie das Inhaltsverzeichnis der Magic-Disk-64 anschauen, so finden Sie dort das Programm Strich-Cursor. Das kurze Basic-Programm verändert den Zeichensatz ihres C64s. Reverse-Zeichen werden nach dem Durchlaufen dieses Programms nicht mehr als Reverse-Zeichen, sondern als normale Zeichen mit einem Unterstrich dargestellt. Da normalerweise das Zeichen an der Cursor-Position ständig invertiert wird, erscheint stattdessen nun ein blinkender Unterstrich. Das Programm kopiert den Zeichensatz aus dem Festspeicher ROM ihres Computers in den Schreib-Lesespeicher RAM. Dieses erkennen Sie am Aufbau des Zeichensatzes, welcher zum Zweck der besseren Erkennbarkeit dieses Vorgangs ab der linken oberen Ecke des Bildschirms komplett dargestellt wird. Man kann so gut beobachten, wie die Zeichen aufgebaut werden. Das Ganze geschieht zweimal, da es ja im C64 zwei Zeichensätze gibt. Den für die Block-Grafikzeichen und den für die Kleinschrift. Am Schluss werden die Zeichen, die normalerweise Reverse dargestellt werden, unterstrichen. Das Programm läuft ca. 2 Minuten, bis alle Zeichen kopiert sind. Danach ist der Anfang des durch Basic programmierbaren Speichers auf 12.288 erhöht. Damit der Zeichensatz nicht durch ein Programm überschrieben werden kann. Und der Speicher ist gelöscht. Für eigene Programme stehen Ihnen nun noch ca. 28 KB Speicherplatz zur Verfügung. Was wohl in den meisten Fällen ausreichen dürfte. So, ich habe das Strichcursor-Programm schon geladen. Ich liste das mal hier auf. Und ja, man sieht schon, es sind keine Leerzeichen drin. Es ist ein bisschen schwierig zu lesen, aber wir kämpfen uns da jetzt einfach mal durch. Also, es fängt ganz easy peasy an, Seite 10. Da wird erstmal hier mit einem Print die Schriftfarbe auf weiß gesetzt und der Bildschirm gelöscht. Und dann laufen wir mit einer Schleife, vor I gleich 0 zu 255, 256 mal durch eine Schleife durch. Und poken dann da auf die Adresse 1024 plus I, also beim ersten Durchlauf ist I 0, auf die 1024 poken wir eine 0, auf die 1025 dann eine 1, 26 eine 2. Und 1024, da fängt unser Bildschirm, unsere Bildschirmzeichen fangen da an. Also 1024 ist diese obere linke Bildschirmposition. Und da können wir so Zeichencodes hinpoken. Die stehen auch im Commodore 64 Handbuch. Ihr könnt aber auch einfach mal nach C64 Zeichentabelle googeln. Da werdet ihr die mit Sicherheit auch finden. Das ist ein bisschen zerflettert alles hier schon. So, und ich zeige mal kurz die Tabelle. Ich halte die mal kurz hier rein. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen hier. So, da sieht man also hier, das Zeichen Add zum Beispiel ist der Poke 0. Dann kommt das A und zwar immer zwei Zeichensätze. Einmal der Zeichensatz für Großbuchstaben und einmal der Zeichensatz für die kleinen Buchstaben. Also Großbuchstaben und Grafikzeichen und Klein- und Großbuchstaben. Wenn in der Spalte hier nichts drinsteht, dann bedeutet das, dass es dasselbe Zeichen in beiden Zeichensätzen ist. Also 0 ist Add, 1 ist A und dann geht es mit dem Alphabet weiter. Dann kommen irgendwann die Grafikzeichen und so. Ich zeige das mal kurz. Ich poke hier mal auf die 1024 die 0. Das ist also ein Add. Wenn ich auf die 1025 poke, dann ist das das Zeichen daneben. Und so weiter. Wir haben in einer Reihe 40 Zeichen. Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach 40 drauf rechne, also auf die 66 gehe, dann ist das das Zeichen genau da unten drunter. Insgesamt haben wir auf dem Bildschirm 1000 Zeichen. 25 Zeilen mal 40 Zeichen. Und ja, hier oben dieser Programmteil macht jetzt also nichts weiter, als den kompletten Zeichensatz einmal hintereinander auf dem Bildschirm auszugeben. So. Ich kann nochmal eben zeigen, wenn ich jetzt hier die 1 reinposte, dann ist es ein A. So. Soll aber jetzt mal genügen. Das ist ja nicht der Kern des Programms. Der Kern des Programms, der kommt ja jetzt gleich. Und ja, hier mit CRR-Dollarzeichen in Klammern 142 schalten wir um auf den Zeichensatz mit den Großbuchstaben und den Grafikzeichen. Das ist nicht zu verwechseln mit Shift und Commodore-Taste gleichzeitig drücken. Das ist der Grafikzeichensatz mit den kleinen Zeichen. Das ist der Grafikzeichensatz mit den großen Zeichen, also mit den Großbuchstaben und den Grafikzeichen dabei. Und CRR-Dollarzeichen in Klammern 142 schaltet diesen Großbuchstaben- und Grafikzeichensatz ein. Der schaltet nicht hin und her oder um. Das wird an dieser Stelle auch nur gemacht, falls man das Programm startet und diesen Zeichensatz angeschaltet hat. Ja, steht ja hier auch. Grafikzeichen an. Also Grafikzeichen ist gemeint. Hier habe ich A und Shift-A habe ich ein Grafikzeichen und in dem anderen Zeichensatz habe ich hier A und Shift-A ist das große A. Da fehlen die Grafikzeichen. Insgesamt wird gleich auch noch interessant, wir haben vier Zeichensätze und zwar einmal diesen mit kleinen und Großbuchstaben, dann den Großbuchstaben und Grafikzeichen und dann nochmal beide Zeichensätze invertiert. Also quasi so, mit CTRL-9 schaltet man das an bzw. mit CTRL-0 wieder aus. Also mit invertierten Zeichen. Und diese invertierten Zeichen, wenn man sich jetzt mal den Cursor anguckt, ich schreibe jetzt hier einfach nochmal ein Ausrufezeichen hinter, da merkt man, hm, also eigentlich der Cursor schaltet immer nur zwischen den invertierten Zeichen und dem normalen Zeichen hin und her. Und das macht sich dieses Programm gleich zunutze. Wir werden jetzt gleich den Zeichensatz verändern, sodass diese invertierten Zeichen nicht mehr invertiert sind, sondern ganz normal aussehen, aber einen Unterstrich haben. Und dadurch entsteht dann dieser blinkende Strichcursor. Ja, und das, bevor wir das allerdings machen, muss man so ein paar Sachen vorher tun, denn der Zeichensatz, der liegt nicht im normalen RAM, der liegt in einem ROM-Bereich. Und den ROM-Bereich muss man auch erstmal einblenden, damit man darauf zugreifen kann. Und wie der Name ROM schon sagt, Read-Only-Memory, können wir da nicht reinschreiben. Das heißt, wir können den Zeichensatz nicht einfach verändern. Wir müssen den kompletten Zeichensatz aus dem ROM, also erstmal einblenden, dass wir ihn sehen, dann aus dem ROM runterkopieren ins RAM, an eine Stelle, wo genug Platz ist, nämlich, jetzt muss ich überlegen, 4 KB. Ja, ich glaube einmal der Zeichensatz 1 KB und alle Zeichensätze 4 Stück, müssen dann 4 haben. Ja, müssen die dann runterkopieren. Dieses Programm macht das gleich in den Basic-Speicher. Und da können wir ihn dann bearbeiten. Und dann müssen wir nur noch dem C64 sagen, dass der Zeichensatz jetzt an der und der Speicheradresse liegt. Und dann wird der geänderte Zeichensatz dann auch genommen. Aber das gucken wir uns jetzt an. Also, das ist nämlich jetzt die nächste Zeile hier. Ins Register 5372 wird jetzt hier mit der Dampfermer-Methode, also dieses Programm geht davon aus, dass der Arbeitsspeicher frisch resettet ist und auf Standardwerten initialisiert ist. Das heißt, die poken jetzt die harten 25 rein. Normalerweise wollen die aber nur ein einzelnes Bit umschalten in diesem Register. Das macht man so normalerweise nicht. Also, die poken jetzt hier einen festen Wert rein, der dieses Bit einfach gesetzt hat und die restlichen 7 Bit auf Standardwerten hat. Das funktioniert natürlich auch so, aber ich empfehle euch mal, nochmal das Video mit den Sprites zu gucken. Ich verlinke es nochmal. Da zeige ich, wie man einzelne Bits in Registern an- und ausschaltet. Aber ich will dieses Video sowieso nochmal machen, beziehungsweise nochmal ein Video darüber machen, wie man diese Bits ein- und ausschaltet, weil ich das für ein späteres Projekt noch brauchen werde. Und da werde ich das Ganze auch nochmal wiederholen. Also, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Die poken hier die 25 rein und binär gesehen ist die 25 dann praktisch so gesetzt, dass das Bit, was die ausschalten bzw. einschalten wollen, eingeschaltet ist. Und die anderen Bits in diesem Byte sind halt auf Standardwerten. Da passiert also nichts. Sie geben jetzt hier praktisch eine neue Zeichenbasis ein. Und zwar sagen die hier, dass der Zeichensatz jetzt in der Adresse 8192 anfängt. Hier, 8192. Da soll jetzt der neue Zeichensatz sein. Im Programm werden wir dieses Umschalten gleich auch sehen. Dann werden nämlich alle Zeichen plötzlich ganz gruselig. Wir lassen das Programm ja gleich nochmal laufen. So, dann nächstes Mal eine Schleife zwischen 0 und 1024. Und genau, da werden hier zwei Sachen gemacht. Nämlich einmal die Interrupts ausgeschaltet. Und das Character-ROM eingeblendet. Also, Interrupts ausschalten. Interrupts bedeutet, der C64 kann ja kein Multitasking. Moderne Computer machen ja ganz viele Sachen parallel. Und das können alte Prozessoren noch nicht, alte Computer. Aber im Prinzip macht er ja doch mehrere Sachen hintereinander. Na, beispielsweise läuft ein Basic-Programm und gleichzeitig blinkt der Cursor und gleichzeitig werden Tastatureingaben abgefragt vom Betriebssystem. Aber grundsätzlich läuft ein Basic-Programm, sag ich jetzt mal. Und damit aber Tastaturabfragen auch abgefragt werden, wird das Programm mittels Interrupt praktisch unterbrochen vom System. Dann fragt das System also ab. Joystick-Eingaben, Tastatureingaben, Cursor blinken. So ganz viele Hintergrund-Operationen, die es so machen will. Und dann kehrt es zum Programm zurück und arbeitet das Programm weiter ab. Und dann wird das Programm wieder abgebrochen oder unterbrochen. Dann werden wieder diese Hintergrund-Sachen gemacht, wie Tastaturabfragen etc. Und dann landet da wieder ein Programm. Und um dieses Unterbrechen auszuschalten, kann man in dem Register 56334 praktisch drin rumspielen. Wenn wir da hier Null reinpoken, dann sind die Interrupts ausgeschaltet. Das betrifft aber nur die Interrupts, die man ausschalten kann. Also ich habe mal grob eingelesen, es gibt auch Interrupts, die man nicht ausschalten kann. So Sachen, die unbedingt gemacht werden müssen, die halt systemrelevant sind. Die schaltet man damit nicht ab. Aber diese Standardsachen, wie Tastatureingaben und sowas abrufen, das wird damit erstmal ausgeschaltet. Und dann blenden wir hier im Register 1, das ist auch für der 1-Bit, was da gesetzt wird, da blenden wir den Zeichensatz ein. Es gibt nämlich einen doppelt belegten Speicher im C64. Da ist standardmäßig der Videochip angebunden. Und da können wir aber auch das Character-ROM einblenden, also unseren Zeichensatz. Und das machen wir hier. Da poken wir die 51 rein, dann wird der Zeichensatz eingeblendet. Und hier unten wird die 55 gepokt, dann wird wieder das Ganze auf Standard gesetzt. Und die Videochipregister werden da wieder eingeblendet. Und das machen wir, um da den Zeichensatz auslesen zu können. Und das passiert nämlich jetzt hier. Wir zählen ja hier von 0 bis 1024. Und wir haben ja hier oben umgeschaltet, dass unser Zeichensatz jetzt bei der Adresse oder im Register 8192 anfängt. Und da fangen wir jetzt an, aus dem Register 53248, denn da liegt, da haben wir jetzt unseren Zeichensatz eingeblendet. Da holen wir uns jetzt den Wert aus dem Register 53248 mit Peak und poken ihn in die 8192. Wir kopieren also das Byte aus dem einen Register ins andere Register. Und das machen wir zweimal. Nämlich einmal auf der Adresse 8192 und auf der Adresse 9216. Die liegt 1024 Register weiter oben im Speicher. Und normalerweise habe ich ja eben gesagt, wir haben vier Zeichensätze. Da liegt auf dem ersten Zeichensatz Großbuchstaben mit Grafik. Dann invertiert Großbuchstaben mit Grafik. Dann kleine Buchstaben und Großbuchstaben. Und dann invertiert Kleinbuchstaben und Großbuchstaben. Also dieser hier. Und wir machen jetzt eine Kopie, aber nur von dem Standard, also ohne Invertierung. Von dem Standard Zeichensatz machen wir eine Kopie und legen die praktisch in den Registern 8192 und folgend ab. Also im nächsten Schleifendurchlauf wird I ja 1 sein. Und dann sind wir hier im Register 8193. Wir rechnen ja immer plus I. Und hier sind wir auch ein Register weiter. Wir kopieren also jetzt Byte für Byte unseren Zeichensatz aus dem ROM, den wir ja nicht beschreiben können, runter ins RAM. Und dieser Bereich 8192, der liegt im Basic-RAM. Das heißt, da müssen wir aufpassen, wenn wir diese Routine einfach so benutzen würden und haben ein großes Basic-Programm da liegen. Dann kann es sein, dass wir uns das Programm beschießen, äh, nicht beschießen, zerschießen. Was dann passiert, habe ich letztes Mal gut demonstriert mit diesem Sprite-Generator, wo ich dann einfach mal im Basic-Speicher versehentlich irgendwie ein Sprite reingepokt habe. Und dann lief das Programm hinterher nicht mehr. Wer es nicht gesehen hat, das ist das Magic-Disk-64-Video über Utilities. Könnt ihr euch auch gerne nochmal nachholen, wer es nicht gesehen hat. Naja, so. Danach, wenn das soweit gemacht wird. Ich habe nicht ganz verstanden, warum das hier alles in der Schleife passiert. Also hier oben werden die Interrupts ausgeschaltet. Dann wird das Character-ROM eingeblendet. Hier wird das Character-ROM wieder ausgeblendet. Und die Interrupts wieder eingeschaltet. Und dann wird die Schleife wieder erholt und dann wird wieder ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, ob das so sein muss. Ich habe es auch nicht anders ausprobiert. Es kann natürlich sein, dass diese Interrupts immer wieder mal eingeschaltet werden müssen zwischendurch, damit das vernünftig funktioniert. Intuitiv hätte ich jetzt gesagt, normalerweise hätte ich hier diesen Kopiervorgang einfach durch die Schleife gejagt, hätte vorher das ROM eingeblendet und die Interrupts ausgeschaltet. Und dann, wenn ich mit der Schleife fertig bin, die Interrupts eingeschaltet und dann das ROM wieder eingeschaltet. Also ausgeblendet. Aber hier passiert das halt ständig. Eingeblendet, ein Byte wird kopiert, dann wieder ausgeblendet, dann wieder eingeblendet, ein Byte wird kopiert und so weiter. Ob das jetzt so gewollt ist oder nicht, ich weiß nicht, ob es anders laufen würde. Keine Ahnung. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin, wie es hier in dem Programm drin steht. So, hier steht Kopieren des Zeichensatzes Teil 1 ins RAM. So, das ist dann hiermit abgeschlossen. Wenn er damit durch ist, dann in Zeile 60 mit CRR in Klammern 14 schaltet er den Kleinzeichen Zeichensatz ein. Kleinschrift an. So, und jetzt läuft er wieder durch eine Schleife. Die zählt aber nicht von 0 bis 1024, sondern von 2048 nach 3072. Also, die fängt nicht bei 0 an zu zählen, sondern bei 2048. Läuft aber auch 1024 mal. Ja, hier wieder das gleiche. Interrupts ausschalten, die Character einblenden in den Speicher, dass wir die lesen können. Und jetzt fängt er hier an, 8192, also das gleiche wie hier oben. Aber unsere Schleife läuft ja jetzt schon bei 2048 los. Das heißt, hier oben haben wir ja den Adressbereich 8192 plus 1024 und 9216 plus 1024 beschrieben. Wir haben also zwei Zeichensätze komplett runterkopiert. Und da wir jetzt hier unten direkt 2048 draufrechnen, fangen wir jetzt quasi an hinter dem hier oben zuletzt beschriebenen Byte. Also quasi da, wo jetzt der Kleinzeichensatz liegen sollte und der Kleininvertierte Zeichensatz. Da kopieren wir jetzt den kleinen Zeichensatz hin. Auch wieder aus dem Speicher. 53248 fängt er hier wieder an. Plus 2048. Also auch da, die Zeichensätze liegen direkt hintereinander im Speicher. Auch da fängt er jetzt praktisch weiter hinten an. Obwohl hier die gleiche Zahl drin steht, weil die Schleife halt weiter oben anfängt zu zählen. Das heißt, hier kopieren wir jetzt, genau wie hier oben, nur den kleinen Zeichensatz runter in den RAM. Direkt hinter die Adressen, wo wir gerade den Zeichensatz mit den Großbuchstaben und Grafikzeichen hingekopiert haben. Dieses CHR in Klammern 14, das wird nur gemacht, damit wir das auch sehen. Weil wir das sonst auf dem Bildschirm nicht verfolgen könnten. Das ist halt nur zu Demonstrationszwecken. Ja, auch hier wird wieder oben lustig Interrupts ein und Interrupts aus und ROM einblenden und hier wieder ausgeblendet und Interrupts aus und dann wieder direkt hoch. Warum auch immer. Auf jeden Fall ist hier dann das Kopieren des kleinen Zeichensatz auch beendet. Und jetzt kommt der eigentliche Clou. Wir haben ja jetzt den Standardzeichensatz, also nicht diesen invertierten, sondern den ganz normalen Standardzeichensatz kopiert. Und zwar doppelt, auch dahin, wo jetzt dieser invertierte liegt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt existiert dieser invertierte Zeichensatz nicht mehr. Der sieht, also der existiert noch, aber der sieht halt exakt so aus wie der normale Zeichensatz. Und jetzt wird nämlich folgendes gemacht. Jetzt geht er hier nochmal durch von 1024 bis 2047. Step 8. Das heißt, diese Schleife zählt immer in Achterschritten. Und dann poked er in die entsprechenden Adressen, eine 255. So, und wieso macht er das? Wer das Video über die Sprites gesehen hat, der weiß, wie man so Sprites im Speicher aufbaut. Und zwar gibt es bestimmte Register, wo das Sprite dann abgebildet ist. Und da poked man dann 1 rein, wo ein Pixel sein soll und 0, wo kein Pixel sein soll. Und das ist hier genauso. Also, ja, die Bytes fangen ja mit dem ersten Zeichen an. Ne, 8192, bin ich da jetzt richtig? Ja, da liegt also unser Ad-Zeichen in diesem Fall. Das ist ja das erste Zeichen im Zeichensatz. Glaub ich zumindest, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Es ist auf jeden Fall, das Ad-Zeichen ist einmal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall das erste Zeichen im Zeichensatz. Das liegt an der Stelle. Und jedes Zeichen ab da ist genau 8 Bytes lang. Das heißt, wir haben hier... Ah, ich mach's mir hier am Anfang vielleicht so. Das sind 8 Bit, also 1 Byte. Und davon haben wir jetzt 8 Stück. Ne, ein Bräuner. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, davon haben wir jetzt 8 Stück, die ein Zeichen darstellen. Und genau wie bei den Sprites, werden jetzt hier in dieser Binärzahl, überall wo ein Pixel sein soll, eine 1 reingepopet. Also, ich mach' jetzt mal hier so ein A. Aufpassen, dass mir der Bildschirm nicht nach oben raus abhaut. Also, das wäre jetzt mal mein A. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Also, das ist ja die Pixelmatrix, besteht aus 8x8 Pixeln. Und da, wo eine 1 ist, da ist jetzt sozusagen dann ein Pixel. Wenn ich jetzt mal ein A daneben mache, dann sieht man auch jetzt im Cursor, dass die Buchstaben oben am Cursor bündig anliegen und unten ist aber noch ein bisschen Platz. Damit man hier, sieht man hier oben zwischen den Zeilen, so ein Pixelplatz hat, ist das gemacht. Und das habe ich hier auch. Nämlich hier unten in dem 8. Bit in jedem Zeichen. Und jetzt sind wir hier oben wieder bei unserem Step 8. Da steht 0 drin. Also, da sind alles Nullen, damit man diese Lücke hinbekommt. Und im invertierten Zeichen, da ist es ja genau umgekehrt. Alles, was jetzt hier 0 ist, ist ein 1. Und alles, was hier 1 ist, ist 0. Also, ein invertiertes Zeichen, das invertierte A. Ich mache es nochmal hier hin. Ctrl 9, A. Ctrl 0, so. Das invertierte Zeichen sieht man hier, das ist genau umgekehrt. Das heißt, hier überall, wo eine 0 ist, ist eine 1. Da ist ein Pixel. Und da, wo eine 1 ist, ist eine 0. Da sieht man da, ist kein Pixel in dem A drin. So. Und ja, warum erzähle ich das? Genau, wegen den 8. 8 Byte. Das heißt, er fängt bei der Startadresse an, aber springt hier immer 8 weiter. Und landet dann praktisch bei jedem Zeichen auf dem letzten Byte. und setzt das auf 255. Und eine 255 sieht binär so aus. 8 Einsen. Und dann kommen wir jetzt dahin. Dieses Zeichen, habe ich ja eben gesagt, gibt es eigentlich nicht mehr. Dieses invertierte Zeichen sieht ja jetzt aus wie das normale Zeichen. Und in diesem Zeichensatz wird jetzt unten dieser Strichen gemacht. Das heißt, wir haben da, wo jetzt unten Platz ist für die nächste Zeile, eigentlich so einen Strichdruck, einen Unterstrich. Wir haben den Buchstaben unterstrichen, wenn er invertiert ist. Und wir sehen das ja hier am Cursor, habe ich ja eben schon gezeigt. Eigentlich, der Cursor, da wird einfach nur an der Stelle, wo man gerade mit dem Eingabepointer ist, immer nur hin und her geswitcht zwischen den invertierten Zeichen und dem normalen Zeichen des entsprechenden Zeichensatzes. Und dadurch erscheint dieser große Blockcursor. Und wenn wir den Zeichensatz aber verändern, dass dieser invertierte, das invertierte Zeichen nur einen Unterstrich hat, dann blinkt unten nur dieser Unterstrich. Und das ist eigentlich der ganze Trick bei der Sache. Also, diese Schleife läuft einmal durch und ändert immer das achte Byte von jedem Buchstaben in 255. Und dadurch entsteht dieser Unterstrich. Und das sowohl bei den Großbuchstaben als auch bei den Kleinbuchstaben. Also bei diesem Zeichensatz. So. Und wenn er damit fertig ist, da werden hier noch so ein paar Aufräumarbeiten gemacht. Nämlich erstmal wird hier ins Register 44 und 48 gepunkt. Und das sorgt dafür, dass der Basic-Speicher sich verschiebt. Der Basic-Speicher, der fängt normalerweise bei 2048 an, wenn ich mich nicht vertue. Also das Basic-Speicher, nochmal zur Erklärung, das ist der Speicher im Arbeitsspeicher, wo unser Listing drin liegt, wo unser geschriebenes Basic-Programm drin liegt. Das heißt, wenn wir ein Basic-Programm laden, wird das in diesen Speicherbereich reingeladen. Jetzt haben wir aber in einem Teil von diesem Speicherbereich, nämlich ab der Adresse 8192, das liegt dann jetzt im Moment im Arbeitsspeicher irgendwo zwischen diesem Programm, das wir gleich starten wollen, und der ersten Speicheradresse, die wir jetzt hier unten festlegen. Ich habe mir jetzt nicht genau angeguckt, welche Speicheradresse das ist, aber in diesem Beschreibungstext stand es ja drin, dass sich der Speicherbereich auf eine bestimmte Adresse danach verschiebt. Das heißt, alles, was unterhalb dieses Basic-Speicherbereichs ist, ist dann kein Basic-Speicher mehr. Das heißt, da kann unser Programm nicht drin liegen. Natürlich hat man dann auch nicht mehr so viel Platz für sein Programm. Stand ja irgendwas von, ich meine, 24 KB oder 28 KB oder irgendwie so, hätte man dann ja noch Platz zum Programmieren. Das ist natürlich deutlich weniger als das, was man jetzt hätte. Aber ein Teil des Arbeitsspeichers belegt jetzt nun mal der Zeichensatz. Und wenn wir da jetzt noch irgendwie Programmcode wieder reinmachen, dann ändert sich natürlich der Zeichensatz wieder in irgendwelchen kryptischen Salat. Ja, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, mit dem POKE 44,48 verschieben wir den Basic-Speicherbereich und verkleinern ihn, also den Start davon. Das Ende steht ja noch fest. Wir verschieben den Start und deswegen ändert sich auch die gesamte Größe von dem Speicherbereich. Die wird halt kleiner. Und in dem Speicher, der vorher noch Basic-Speicher war, da liegt unser Zeichensatz drin. Den haben wir ja von dem ROM runter in diesen Speicher reinkopiert. Und da liegt er jetzt aber sicher, da wir da nicht mehr mit unserem Basic-Programm reinschreiben können. Ja, diesen POKE, muss ich ganz ehrlich sagen, den habe ich nicht ganz verstanden. 48 mal 256, das müsste eigentlich das letzte Zeichen in dem kleinen Zeichensatz sein. Also rein rechnen, wenn ich mich da jetzt nicht vertue. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum die hier nochmal eine Null reinpoken. Keine Ahnung. Danach mit New löschen die das Programm aus dem Speicher. Das heißt, wenn dieses Programm durchgelaufen ist, dann haben wir einen neuen Zeichensatz und dann ist der Basic-Speicher komplett wieder frei und wir können losprogrammieren. So. Ja, jetzt bin ich dieses Programm durchgegangen. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, gerne unten in die Kommentare rein. Ich probiere es dann da zu beantworten oder mache einfach nochmal ein Video dazu. Ich musste mich selber stark einlesen, weil gerade diese ganzen Speicherregister, das ist nicht so meine Stärke. In Basic braucht man es relativ selten, außer man will jetzt mal so die Bildschirmfarbe oder so ändern. Das hier geht jetzt schon so näher da rein. Und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, weil beispielsweise, ich habe ja gerade mal dieses A in diesen Registern gezeigt, könnte man da ja jetzt, in meinem letzten Projekt hatte ich ja dieses Karo-Zeichen, dieses hier als Schiff. Dieses Grafikzeichen könnte man jetzt natürlich so verändern, dass es tatsächlich wie ein Schiff aussieht. Und dann gerade bei Spielen und so, kann man natürlich super mit so Zeichensatzänderungen arbeiten. Ist halt nur immer ein Mega-Aufwand, weil man, wie gesagt, hier sieht man es ja, immer diesen Speicherbereich erst runterkopieren muss, da der in einem ROM liegt, der Zeichensatz, und da kann man ihn nicht bearbeiten. Das heißt, man muss ihn erst, wie hier gezeigt, runterkopieren ins RAM. Das muss nicht im Basic-Speicher sein, das könnte theoretisch auch irgendwo anders sein. Man muss sich halt nur, erstens muss man es angeben können, dass dort dieser Bereich anfängt, wo der Zeichensatz beginnt. Das machen wir ja hier oben, auf der 5.3.2.7.2, wo hier die 25 reingepokt ist. Das sagt halt aus, dass jetzt bei der Adresse 8.192 der Zeichensatz beginnt. Da gibt es noch andere Speicherbereiche, wo der beginnen könnte. Die habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle im Basic-Speicher liegen. Ich vermute aber mal, dass das nicht der Fall ist, dass man auch andere Speicherbereiche hat. Aber ich werde mir das nochmal genauer angucken. Liefer ich da noch nach. Ja, man muss halt erst den kompletten Zeichensatz runterkopieren, dass man ihn dann verändern kann. Dann muss man im C64 noch sagen, du, dein Zeichensatz liegt jetzt aber da an der Speicheradresse. Und dann kann man damit arbeiten. Ja, und wie lange das dauert, dieses ganze Runterkopieren, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Ich starte das Programm jetzt einfach mal. Also, wir erinnern uns oben, es wird erst auf weiß gestellt und der Bildschirm gelöscht. Und dann beginnt der ganze Spaß. So, das ist der komplette Zeichensatz. Habt ihr gerade gesehen, der wurde jetzt da hingepokt. Dann wurde jetzt der Speicherbereich schon verschoben. Das heißt, diese Balken, das ist Basic-Speicher, zufälliger, mehr oder weniger. Und die Zeichen, die ihr jetzt hier seht, wie die sich aufbauen, das ist jetzt der Zeichensatz mit Großbuchstaben und Grafikzeichen. Der wird jetzt Buchstabe für Buchstabe, da sieht man immer die Reihen, die sich aufbauen. Also, acht Reihen ist ein Buchstabe. Das sieht man auch so schön da. Das sind immer acht Bytes, die jetzt von oben runterkopiert werden in dem Speicherbereich, wo wir jetzt dem Computer quasi schon gesagt haben, da liegt dein Zeichensatz. So, wenn er gleich damit fertig ist, dann schaltet er um auf den kleinen Zeichensatz, damit wir auch sehen, wie sich jetzt das alles verändert und kopiert dann den, genau wie jetzt, den Großbuchstabenzeichensatz, den mit den kleinen Buchstaben und Großbuchstaben runter. So, jetzt hier. Da ist der Speicher jetzt nochmal verschoben worden und ja, jetzt kopiert er die kleinen Buchstabenzeichen quasi von oben runter. Und hier sehen wir auch, das erste Buchstabe oben ist ein Add. Ich lag mit meiner Vermutung, glaube ich, gar nicht so falsch, dass das erste Buchstaben im Zeichensatz dann tatsächlich ein Add ist. Dann kommt das Alphabet und dann gehen hier Klammern, das Fundzeichen, Fall nach oben, Fall nach links, Leerzeichen, Ausrufezeichen, das müsste auch die eigentliche Reihenfolge sein. So, wenn er damit jetzt fertig ist, dann macht er diesen letzten Step-8-Durchlauf, wo er die Unterstriche nur pokt, wo er immer nur den letzten Byte auf 255 setzt und damit praktisch die Bitreihe auf 1 und damit einen durchgehenden Strich erzeugt. Das müssten wir auch gleich noch sehen, wie das passiert. Allerdings erst, wenn er jetzt hiermit fertig ist. Aber man sieht schon, es dauert ewig, das ist jetzt nur die Kopierarbeit, das ist jetzt noch nichts verändert. So, jetzt sieht man bei jedem Zeichen, wie das letzte Bit gesetzt wird und ja, das hier unten, wo jetzt der Unterstrich ist, das ist der invertierte Zeichensatz. So, und jetzt habe ich hier an der Stelle, wo normal der Körser ist, der immer zwischen invertiertem Zeichen und normalen Zeichen hin und her switcht, der macht jetzt invertiertes Leerzeichen, das ist nur der Unterstrich und normales Leerzeichen ist einfach nicht zu sehen. Wenn ich jetzt hier was hinschreibe, wenn ich jetzt hier was hinschreibe, Andreas zum Beispiel und gehe jetzt mit dem Körser zurück, dann auch da wechselt er immer zwischen dem invertierten Zeichen, aber die invertierten Zeichen gibt es jetzt nicht mehr. Es gibt nämlich jetzt nur noch die unterstrichenen Zeichen. Ich wechsle jetzt mal den Zeichensatz nochmal um. Ich habe jetzt hier noch die Grafikzeichen. Auch die invertiert sind unterstrichen. Und jetzt mit CTRL 9 schalte ich in den Reverse-Modus. Jetzt würde ich eigentlich invertierte Zeichen schreiben, aber jetzt schreibe ich auf einmal hier Zeichen mit Unterstrich. Denn, wie gesagt, die invertierten Zeichen gibt es nicht mehr. Das ist der ganze Trick bei der Sache. Die invertierten Zeichen sind in normale Zeichen umgewandelt worden mit einem Unterstrich. Ja, und das ist das, was dieses Programm macht. Und dadurch entsteht dieser Blink-Cursor. Ist eine nette Spielerei. War damals bestimmt eine große Sache, weil das war ja wirklich das, was bei DOS auf diesen sündhaft teuren PCs war. Das war ja ein Qualitätsmerkmal, könnte man so sagen. Ja, wenn ich jetzt List mache, da ist kein Programm mehr und wir haben auch nicht mehr so viel Speicher. Das kann ich jetzt leider nicht zeigen. Für unser Basic-Programm, wenn wir jetzt anfangen zu programmieren, weil wir ja jetzt den Basic-Speicher ein bisschen verkleinert haben, weil im unteren Bereich, also im unteren Basic-Speicher, liegt ja jetzt unser Zeichensatz, die Kopie davon, die jetzt auch aktuell eingeschaltet ist. Und mit New wurde ja das Programm dann aus dem Basic-Speicher rausgelöscht. Deswegen ist da nichts mehr. Aber wir könnten jetzt hier lustig herumprogrammieren. Zähn, Print, Hallo. Da haben wir keine Unterstriche. Wenn wir es unterstrichen haben wollten, dann könnten wir jetzt hier einfach mit Control, Reverse On und vielleicht hier hinten Reverse Off und vielleicht hier vorne noch mal, ach nee, warte, so nicht, so, Bildschirm löschen, Shift, Clear Home und hier sehen wir das jetzt auch. Normalerweise ist das Clear Home ja dieses invertierte Herz. Jetzt ist es ein unterstrichenes. Nur um es nochmal zu zeigen. Wenn ich das jetzt starte, dann wird da oben ein Hallo ausgegeben und das ist halt unterstrichen. Naja, so, das ist das, was dieses Strich-Cursor-Programm macht. Ich habe letztes Mal mal eben so abgehandelt. Jetzt bin ich mal ein bisschen genauer drauf eingegangen, weil ich es schon sehr interessant fand. Wie gesagt, den Zeichensatz ändern, das ist ja essentiell, wenn man irgendwas mit Spielen und so machen will, weil die Grafikzeichen, die man hier hat, da kann man zwar auch schon was mit machen, das werde ich auch jetzt zeitnah mal tun, aber manche Sachen, wie zum Beispiel ein Schiff oder sowas, gibt es hier nicht. Und ein Pfeil nach rechts zum Beispiel, von euch aus gesehen da, gibt es halt auch nicht. Es gibt halt nur hier den Pfeil, der nach links zeigt und den Pfeil, der nach oben zeigt. Und da könnte man jetzt ein Zeichen verändern, dass das dann auch noch ein Zeichen nach rechts, gibt irgendein Zeichen, was man eh nie braucht. Keine Ahnung, das Fundzeichen zum Beispiel. Das ist ja ein Zeichen, was man zumindest bei uns, so in den Gefilden, weniger häufig braucht. Außer man macht jetzt ein Spiel, das in England spielt und mit Fund arbeitet. Dann bräuchte man schon, dann könnte man vielleicht das Dollarzeichen nehmen. Oder man kreiert sich ein Eurozeichen. Eurozeichen gibt es ja noch gar nicht in dem Zeichensatz. Ja, kommen wir zum Fazit des Ganzen. Allerdings eine kleine Sache habe ich noch. Ich habe nämlich auf der Diskette noch was entdeckt. Genau. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. So, auf der Diskette ist nämlich noch so ein kleines Demo. Ich starte das mal. Hi Hackers and Crackers. Also ich lese das jetzt nicht ganz vor. Das ist so ein Lauftext, der so ein bisschen darum wirbt, dass man sich melden soll, wenn man da auch so schöne Grafik machen kann. Hier sieht man übrigens, diese Grafik ist auch mit Tastaturgrafik gemacht worden. Da ist der Zeichensatz halt auch geändert worden. Und das lasse ich jetzt einfach mal im Hintergrund laufen. Ja. Und komme mal so ein bisschen zum Resümee des Ganzen. Weil das ist die letzte Folge MagicTist 64, zumindest von der Ausgabe 12 1987. Und insgesamt muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Also ich habe ja damals als Kind mir ab und zu mal so eine MagicTist gekauft. Allerdings, ja, muss ich sagen, eigentlich nur wegen den Spielen. Ich habe aufs Cover geguckt, oh, da ist ein Hubschrauber drauf. Da wird wohl ein Hubschrauberspiel drauf sein. Und dann habe ich es gekauft und dann war kein Hubschrauberspiel drauf und dann habe ich es doof gefunden. Und dann habe ich so ein paar von den Sachen gelesen. Habe dann auch nicht so ganz verstanden, was die von mir wollten. Und ja, dann flogen die Dinge halt in die Ecke. Also ich habe das wegen den Spielen geholt. Und alleine jetzt die erste Ausgabe, da steht ja schon so viel drin. Also ich habe da auch eine Menge gelernt jetzt. Also zumindest mit diesen Zeichensätzen kopieren und so. Da musste ich mich jetzt noch mal näher mit beschäftigen. Das fand ich echt gut. Und ja gut, die Spiele sind halt, ja, was man halt zu dem Preis zu der Zeit erwarten kann. Und ja, ich weiß nicht. Mich würde mal interessieren, wie euch das Ganze denn gefallen hat. Also so von den Utilities her, fand ich sie nützlich oder weniger nützlich. Von den Tipps und Tricks, so generell von den Texten, die drin standen. Also ich würde gerne weitermachen und würde jetzt auch mir mal die nächste Ausgabe vornehmen und das Ganze dann auch so aufbauen. Vielleicht würde ich dann nicht alles in einem durchlesen, sondern vielleicht das Video dann auch so kapitelweise aufteilen, dass ich so das Ganze in mehrere Videos unterteile. Das weiß ich aber noch nicht. Da muss ich erst mal gucken, wie das Ganze so wird. Oh, da ist das Programm beendet. Ja, komme ich auch mal zum Ende. Ja, wie gesagt, also mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, so vom Inhalt her, was das Ganze so am Informationsgehalt bietet. Und ich bin mal gespannt, was so die nächste Ausgabe zu bieten hat. Ich hatte so mal durchgeguckt, da sind noch verschiedene Kurse, so in Assembler und so. Und ja, das könnte eigentlich ganz gut werden. Naja, ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das ist immer ganz gut fürs Google Ranking, glaube ich. Ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn bitte und drückt die Glocke, dann seht ihr, wenn ich das nächste Video hochlade. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.